In unserer kommenden Auktion haben wir wieder viele Highlights, unter anderem dieses mit Kugelschreiber geschaffene Werk von Alighiero Poetti, einem der bedeutendsten Vertreter der italienischen Arte Povera, sowie ein Concetto Spaziale von Lucio Fontana und dieses Werk von Manolo Milares. Both Auctions, Modern Art and Contemporary Art, are live auctions. You're mostly welcome to join us in the Auction Room or you can bid online via live bidding or via Telephone Bid. Wir laden Sie herzlich ein, die Schaustellung zur Auktion Zeitgenössische Kunst bei uns in Dorotheum zu besichtigen. พ oops! Man hat Lieblings Fl knocked. Wir gleichen sie zu einem gestalter. stor enjoyed es Ella gibt, dass Sie alle Punkte im Tor den автомобilischen Level und 1,7 раз berühmende H corten aus wie viele Brot waren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.